Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschafts-Simulator 2015 auf der Sosnofka-Map, auf der PS4 Deutsch. Ja, und ich möchte jetzt nochmal weitererzählen, wo ich, also sozusagen, wo ich am Freitag kennengeblieben bin. Äh, ist er an? Ja, ist er. Man, das Schneidewerk ist aber auch echt klein. Naja, wir machen immer noch alles selber, deswegen tue ich das mal ein bisschen abhäckseln und erzähle ein bisschen was. Ja, ähm, es ging darum, ich wollte jetzt noch zum Schluss ein Thema anfangen, es ist eigentlich ein bisschen sinnlos, das Thema nochmal anzufangen, aber jetzt fange ich, jetzt fange ich das Thema nochmal an. Es ging ja darum, äh, also es ist klar, ähm, wenn ihr es jetzt schon mitgekriegt habt bei FIFA, äh, ich bin Borussia Dortmund-Fan, äh, bin ich, stehe ich auch öffentlich dazu, dass ich, äh, Borussia Dortmund-Fan bin. Gut, jetzt wird es, äh, viele, äh, Gegner geben dafür, ganz klar, die einen sind für die zweite Liga, die einen sind, äh, auch in der Premier League, sind sonst da, wo haben andere Fans, gut, es wird auch von unseren, äh, Abonnenten für viele FC Bayern München-Fan. Ist ja alles okay, aber ich wollte jetzt nochmal, wir können ja mal das Thema, es ist ein bisschen unlogisch, jetzt bei LS das Thema Fußball anzusprechen, aber wir können ja mal drüber reden. Boah, das sieht ja auch geil aus. Das hab ich noch nie gesehen, richtig. Ja, ähm, jetzt ging's erst, fangen wir erstmal mit dem Thema an, mit, äh, S04. Es ist jetzt nichts gegen die Schalker, dass ich jetzt, sage ich, ich kenn es ja so persönlich, dass, ähm, die Dortmunder aus Prinzip das ja nicht so sagen, weil es ist ja immer Derby-Zeit und so, es ist ja auch Derbys gewesen, zumindest, wenn dieses Video jetzt rauskommt, kann ich ja nicht sagen, wie das Derby ausgegangen ist, ist ja auch eigentlich scheißegal. Es geht mir darum, äh, Schalke, äh, Schalke ist, wenn es so wird, auch nur eine normale Fußballmannschaft, wie guten Fußballspiel, wie Dortmund, wie FC Bayern München. Ich find's nur immer, ähm, es ist so ne Sache. Äh, man möchte nichts gegen die Mannschaften haben, aber wenn man eine Mannschaft mag, dann mag man diese Mannschaft und diese andere Mannschaft willst du einfach nur den Hals umdrehen, weil viel interessiert die andere Mannschaft sozusagen. Aber ich sehe nicht mehr Borussia Dortmund gegen Schalke 04, das Top-Spiel. Das sehe ich jetzt eigentlich nur als Derby-Spiel. Das sehe ich als Top-Spiel, was sieht man da? Äh, Breitenreiter jetzt als aktueller Trainer, ich weiß wirklich nicht, ob der Junge der Richtige ist. Also, er ist ein Top-Trainer, ich würde mal sagen, aber hätte wäre er lieber bei Paderborn gewesen, weil mit Effenberg jetzt Paderborn und was da für Trainer jetzt waren. Himmels Willen wäre er lieber bei Paderborn gewesen, ist eigentlich auch hörenrissig, dass Paderborn, also Paderborn eiskalt, nur weil sie absteigen, der Trainer sofort rausgeschmissen wird. Trotz, dass sie so ne gute Leistung aufgezeigt haben, sie, die zum Schluss haben einfach nur die Punkte gefehlt. Lieber hätten, wäre ein HSV abgestiegen, weil ein HSV, wo sie auch, ist auch wieder nur ne Fußballmannschaft, aber, es sind immer diese, diese Leute, die immer große Sprüche reißen und im Endeffekt ist die Mannschaft auch wieder Müll. Guck mal, jetzt, Tuchel ist so ne Sache für sich. Tuchel muss ich sagen, ist in Mainz jetzt nicht so der Trainer, oder, das können wir auch mal lassen kurz, nochmal zu Schalke zurückzukommen. Also ich möchte jetzt auf keinen Fall Vorurteile gegen Schalker Fans haben, machen oder so. Ihr seid wirklich auch tolle Fans und ich würde mal sagen, wenn jetzt ein Schalker mich hört, wird er denken, ist der Dortmunder Fuzzi da drinnen wirklich bescheuert. Also der hat ja echt mal ne große Meise. Ist, du kannst ja gar nicht wegen mir so denken, das ist halt so. Ist ja auch so ne Sache, ob überhaupt ein Fußballer, äh, Fußballfan das sieht. Ähm, ja, das wollte ich nun mal so sagen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, alles ist jetzt hier Borussia Dortmund für immer und ewig. Also, selbstverständlich dürft ihr als Schalker Fans, hasse ich euch nicht. Warum, warum sollte ich das machen? Das ist doch total sinnlos. Gut, viele Dortmunder von uns machen. Ich bin ja kein richtiger Dortmunder, wenn man so will. Ja, wollen wir jetzt zum Thema Thomas Durrell kommen. Thomas Durrell, ähm, ist, ähm, sagen wir es mal so, er ist eigentlich ein guter Trainer. In Mainz, muss ich sagen, er ist in Mainz nicht richtig angekommen, weil man muss mal sehen, vergleiche Mainz mit Borussia Dortmund. Also jetzt von den Spielern allein. Das ist, es ist, ah nochmal, was zu fallen an Maschine, an Marco Reus, an Aubameyang, was du da vorne zu laufen hast. Guck mal, äh, was gibt's denn bei Mainz, auch bei Mainz, ich kenne bei Mainz wenig Spieler, aber du kannst mit Aubameyang, du kannst Kombination mit Aubameyang spielen, dass sie sozusagen, der macht einen Doppelpass, überrennt erstmal zwei Spieler, das macht er. Das macht er locker. Und deswegen hat Durrell auch die Möglichkeiten, sowas im Training zu üben. Aber mit Mainz die Spieler, die noch nicht diese Erfahrung haben, diesen Wert. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass, wenn man so will, Thomas Durrell nur die Arbeit von Jürgen Klopp weiterführt. Wenn man so, ist ja eigentlich genau das gleiche wie, äh, jetzt der, wie heißt der Trainer von Gladbach? Finde ich auch nicht schlecht den Typen. Äh, der von Favre, Favre, äh, eigentlich alles übernommen hat. Es ist halt so, nur er ist halt der Trainer und deswegen wird, kriegt er auch den Ruhm. Favre wird sich mega, ja ganz schätze ich mal, dass es doch alles klappt. Es ist immer so eine Sache für sich. Also, der Fußball ist eine Sache, aber jetzt auch, ähm, mit FC Bayern München, ich, äh, es macht irgendwie, es ist so eine Sache, ich, ich verstehe es immer nicht. Weil du siehst FC Bayern München manchmal spielen und denkst, wow, diese Mannschaft, die kannst du nicht besiegen. Aber dann gibt es wieder Spieltage, da sind die grottenschlecht. Und du verstehst nicht, warum. Ja, wirklich, also, es ist doch sinnlos, wenn in der Fußball-Bundesliga, jetzt jede Mannschaft muss sich eigentlich konzentrieren, alles hinten dicht zu machen und gar keinen Angriff zu starten, den Ball einfach nur wegzuschießen. Aber, FC Bayern München, finde ich es immer ein bisschen schade. Man kann nie glauben, ob alles wirklich echt ist. Also, das Geld, was sie haben. Wenn Uli Hoeneß wegen Steuerintensierung alles angezeigt wird und so, bla bla bla, ist ja auch egal. Aber warum wird denn der angezeigt und warum hat der Steuerintensierung? Er wird dann nicht Milliarden Steuern hinterzogen haben, die er für sich selber gebraucht hat. Er kann doch nur für den Verein, wenn er da, für den Verein hat er gearbeitet, er hat gelebt für den Verein. Kann es auch nur sein, er hat, guck mal, er hat angeblich gewettet, er hat so viel gemacht, sozusagen, die saßen in der Allianz Arena, die Bayern haben gerade gespielt in der Champions League. Und dann hieß es, wenn die gewinnen, dann kriegst du die Millionen und wenn die gewinnen, kriegst du die Millionen. Und so ging es eigentlich, wenn man so will, die ganze Zeit, das haben sie den Medien rauf und runter gebracht. Und es ist, es ist cool, klar, aber ich finde, der FC Bayern München tut in der Fußball-Bundesliga Spieler bringen, die in der Bundesliga noch gar nichts zu suchen haben. Weil ein Douglas Costa, der, der gehört in der Premier League, der gehört, zumindest die Bundesliga, es ist immer so eine Sache, guck mal, Robert Lewandowski ist auch wirklich Top-Stürmer, aber immer diese, ich finde, es fehlt bei den Mannschaften immer so, hä, was ist denn jetzt hier los? Ah, fahr ich wieder nicht übers Rohr, naja, genau. Ihr müsst es einfach nur so sehen, dass ich meine, die Spieler sind zu gut für die Fußball-Bundesliga. So versteht ihr, das hat vor ein paar Wochen Hacking gesagt, als es im DFB-Pokal so hieß. Es ist einfach so, die Mannschaft ist einfach, wenn man so will, zu gut. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Pep Guardiola, Pep Guardiola gerade der Beste ist, also bin ich ja, ich kenne auch viele FC Bayern München-Fans, die wollen Pep Guardiola an die Schnalle. Also Pep Guardiola mögen ja so sehr, sehr wenig, habe ich zumindest das Gefühl. Ich kenne auch zum Beispiel einen YouTuber, wenn er mich, vielleicht könnt ihr mal gucken, der müsste mal googlen, FIFA Active. Der hat so um die 1200 Aufrufe oder so und der hat mal so ein Special rausgebracht, was er, halt so seine Sachen, weiß ich nicht, tausend Dinge, die ihr über mich wissen müsst. Und die eine Sache war auch, dass der Pep Guardiola 0% leiden kann. Verstehe ich auch, aber es ist immer so eine Sache, weil ich kann doch gleich zum anderen Thema überschwenken, weil ihr seht, FC Bayern München hat das Geld, klar. Ja, es hat Allianz, es hat Telekom, die haben die unglaublichsten auch, die unglaublichsten Geldgeber. Und dann noch, dass diese Leute Vorurteile gegen RB Leipzig haben, finde ich viel, viel schlimmer noch dagegen. Weil warum musst du einen Vorteil, du kannst einen Vorurteil gegen RB Leipzig haben, klar. Du magst die Fußballmannschaft aus Prinzip nicht, wie halt viele Leute die Mannschaft nicht mögen, die Mannschaft nicht mögen, die Mannschaft nicht mögen. Aber RB Leipzig hatte damals so ein Glück, dass Red Bull gekommen ist und gesagt hat, Jungs, wir geben euch Geld, wir machen euch aus euch was. Es ist egal, ihr müsst euch so vorstellen, der von diesem Verein, den ihr als Verein so gerne mögt, müsst ihr euch vorstellen, wenn er jetzt schon, jetzt gerade nicht so die besten Spieler sich leisten kann. Stellt euch mal vor, ein riesen, ein riesen Unternehmen kommt zu euch und sagt, möchtet ihr 500 Millionen Euro haben und ihr könnt machen, was ihr damit wollt. Hauptsache, hier gibt es für einen Verein aus, da würde jede Mannschaft die Hände offen machen und sich freuen. Und es heißt eigentlich nur, der wilde Osten heißt es nämlich eigentlich nur, Red Bull, es ist, ich sag euch eins, was gibt es denn für eine Fußballmannschaft? Die sind ja damals durch Red Bull, auch in der 3. Liga waren sie ja, dann sind sie aufgestiegen, 2. Liga. Was gibt es denn in der 3. Liga, ich kenne mich ja in der 3. Liga ein bisschen was aus, wen gibt es denn da, wer kein Aussi ist, zumindest der gute Spieler. Guck mal, zum Beispiel Preußen Münster. In Preußen Münster ist der Verein für sich und stell dir mal vor, Red Bulls wäre zu denen gegangen, wäre alles schön gewesen, die wären aufgestiegen, die würden auch dann bald in der 1. Liga spielen. Und das ist halt so, jeder würde es akzeptieren, aber es ist doch nur dieser Vorteil, weil Leipzig im Osten liegt, sozusagen, zumindest es gibt ja nicht mehr Osten und Westen. Aber ich meine jetzt nur, dass es halt hier in dieser Region liegt, nicht in dieser Region, ich wohne ja woanders, aber dass es in so einer Region liegt, wo einfach der Fußball, also das Geld knapp ist. Sagen wir es mal so, es ist damals wie früher. Es ist einfach nur so eine Sache. Ihr könnt gerne, ihr dürft gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, egal wie böse sie sind. Gut, wenn jetzt Schimpfer da drin sind, werden sie aus Prinzip eh in den Spam-Order gelandet und ich muss sie akzeptieren, dann tue ich sie selbstverständlich löschen. Ihr müsst ihr aber nicht verstehen, ihr könnt ja eine Direktnachricht über Facebook schreiben, das könnt ihr machen. Wenn ihr, also über die MB-Elektronik-Seite könnt ihr gerne schreiben, über Facebook, falls wirklich ihr richtig sauer seid, ihr könnt es gerne mehr schreiben, dann nehme ich das auch durch. Also ich würde dann auch, ich würde mich auch hier hinsetzen, mit euch ein bisschen let's playen und auch sagen, was Sache ist. Also zumindest so, wie ich es denke. Also es ist immer so eine Sache. Aber ich würde es mal cool finden, wenn ihr mal auch schreiben würdet, ich will keinen Verein in die Niederreißen, weil ich mache es ja auch, ich möchte es ja auch nicht. Gut, ich kenne es von vielen Situationen, dass ich manche Vereine, manche ja wirklich so in den Arsch treten kann. Aber es ist immer so eine Sache in der Situation, wie es zur Zeit ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man so lieb und nett spielt und dann, sagen wir es so, deine Mannschaft spielt gegen eine Mannschaft und die Mannschaft macht dich so fertig, schießt da dir ein 8 zu 0 rein oder so, dann hast du die andere Mannschaft auch, wenn man es so will. Also es ist eigentlich gehoppelt wie gehoppelt. Das war ein Spielwitz. Geil. Naja. Ich schätze nochmal, ihr könnt ja auch mal ein paar Themen noch reinschreiben, wenn es jetzt nicht um Fußball immer gehen soll. Könnt ihr ja gerne machen, aber bei Fußball bin ich die Top-Adresse. Ich weiß sehr viel von der Fußball-Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga. Bin auch sehr aktuell und selbstverständlich habe ich auch Sky. Will die jetzt nicht angeben, aber ich schaue mir sehr viele Fußballspiele an und bin auch eigentlich immer Top-Aktuell. Deswegen ist es immer so eine Sache. Übrigens, die nächste Folge sehe ich gerade, ist die 10. Folge. Cool, ne? Das ist ja dann schon ein Record. Aber naja. Es ist immer so eine Sache. Wie gesagt, wenn wir das Thema nochmal, ich habe dieses Thema jetzt in dieser Folge drin, in diesem Part, aber ihr könnt gerne, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich nochmal das Thema durchgehen soll. Ihr müsst es mir nur schreiben über Facebook oder in die Kommentare halt. Ich glaube, private Kommentare über YouTube geht auch. Das geht auch noch ein bisschen. Das habe ich mal. Ich habe manchmal private Kommentare bekommen, die nicht öffentlich gepostet worden sind, komischerweise. Das könnt ihr auch machen, schätze ich mal. Naja, ist ja so eine Sache. Die Leute, die hier viel auf YouTube sind und Kommentare schreiben, die wissen, wie das funktioniert. Hoffe ich. Wenn ich einfach nur Google, Privatkommentare, YouTube, in Google eingehen, einfach mal so. Werde bestimmt eine Antwort kriegen. Heute ist ja der neunte. Fert man gerade so ein. Ach, Leute. Heute ist der neunte, ja genau. Ja, der Safler wird, weiß nicht. Aber wird der Safler wieder da rein? Ist eine gute Frage. Wann wird der Safler wieder da sein? Entweder am Dienstag oder am Mittwoch. Also am Dienstag oder am Mittwoch. Müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken. Ganz einfach. Mensch, der sieht lustig aus. Ach, schade. Macht der ne... Ah, warte, schade. Der macht keine Bewegung. Wie der den Stick nach vorne bewegt. Mal lenken tut er? Ach, schade, der tut nur lenken. Ah, na ja. Warte mal, ich fahr mal raus. Ich muss mal gerade kurz was gucken. Und dann Man denkt sich immer sein Teil Egal, Selbstgespräch muss auch sein Ja, wie gesagt, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da Wie gesagt, das kennt ihr ja immer noch Und bleibt dabei, ihr könnt gerne alles schreiben, was ihr wollt In die Kommentare oder per Facebook Nur weil es böse, böse ist, dann du, du, du Und gut melden werde ich euch nicht Aber ich werde die Kommentare löschen Weil ich ein netter Mensch bin, werde ich euch nicht gleich melden Weil sobald ich euch melde, ruckzuck seid ihr gesperrt auf YouTube Das ist wirklich so Achso, ich muss ja fahren Ich bin jetzt auch auf Helfermodus eingestellt Aber wir wollen ja das mal ein bisschen durchziehen Ohne Helfer zu fahren Och, mein Gott Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag Nachmittag, guten Montag ist immer scheiße Aber vielleicht hat euch die Folge ein bisschen weitergeholfen Und dann sehen wir uns am kommenden Dienstag Und ja, haut rein